Hallo, Ebiq! Hallo, Ebiq! Hallo, Ebiq! So... Tia, 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 Tia! Hast du gestern Dr. Hulu geschaut? Wie denn? Ja gut, die brauchen ja mal bis zum Upload. Ja. Nicht bis zum Upload, sondern bis es legal in Deutschland zu sehen ist. Ja. Mist, dann kann ich ja noch weniger spoilern als vorher. Du darfst gar nicht spoilern. Äh, darf ich sagen, dass es toll war, die mal im Kino zu sehen? Nö, das kannst du ruhig sagen. Das war echt super. Vor allem, ich saß da gerade. Arsch und mein Popcorn. Dreh mich nach links. Kommt da, kommt da drei aus der Resistance. Und sitzen die 16 sich neben mich. Okay. Titz, was machen wir hier mit deinem leblosen Körper? Weiter gehen. Jetzt geht wieder alles. Ah, okay. Ich glaube, da hinten, wo ganz viele Leute sind, da geht's richtig ab. Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, das ist auch schon fast wieder vorbei. Ah, das... ...heißt ja noch nischt. Das war ja das Event, was vor dem, äh... ...ja, Analysiereproben. Ich denke, unsere Beteiligung war mangelhaft. Oh, oh. Ich bin aus dem Kreis raus. Ja, schade. Das bisschen rumschießen hat leider keine Erfahrungspunkte gegeben. Nee. Dann begeben wir uns nach Osten. Osten ist da. Ich denke, das ist eingrecks, dass wir uns hier nahmen. Auf dem Kreis raus passieren kann . ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu wenig hier Könnte uns passieren Ich habe schon mal die erste Probe Ah, ist wie auf dem Schulhof Ich habe schon mal die erste Probe Ich habe schon mal die erste Probe Oh oh, ich bin gleich tot Wow, dieser Heilkreis hat mir Zwei Striche mehr gegeben Ich habe schon mal die erste Probe Aber ich habe es drangekriegt Geil Dankeschön Ich glaube, dass es da dran machen Das ist so eine Mischung aus Nicht zu viel Schaden bekommen Und richtig zielen Ja Das Problem ist, hier gibt es diese komischen Raketen Silo Phrynozeros Sind sie schon? Oh, sie sind schon da Oh, sie sind schon da Eigentlich eine Probe fehlt noch Wo liegt die denn? Ach nee, noch mal einmal Ja, es ist komischer Eigentlich muss das immer Dreimal erledigt sein Aber irgendwie Manchmal verschwinden die auch wieder Ja, ich glaube, das ist halt ihr das Problem Die Leute müssen sich eigentlich viel mehr darauf konzentrieren Fuck, ich bin ja schon wieder tot Ich setze gerade auf Selbstheilungskräfte Oh Gott Nein, ich lebe noch Noch Ich habe noch 500 HP Das ist genug Die lassen relativ wenig Heildinger fallen Ich bin ja schon wieder Also ich hätte jetzt grad echt gedacht, dass ich noch sterbe. So mit 500 HP. Ging auch so wohl. Es war noch so gerade. Die letzten zwei Abschnitte wird jetzt spannend. Wo waren wir hin? Ich würde einfach mal da langfahren. Die Richtungen tauchen auch gerne mal so Lockdowns und sowas auf. Mhm. Die bringen ja auch ordentlich... Also einfach die Straße runter. Ja. War das nicht hier der Bereich, wo wir gestern fast gestorben wären, weil keiner wusste, dass hier ein Event war? Ja. Aber da drüben ist ein Lockdown. Ich sehe es. Ja. 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 Das die Gegner im Nebel auftauchen ist aber auch neu, ne? Ja. Ja, ich glaub vorher standen sie dann einfach nur da. Ja. Dann fühle ich das mit dem Nebel schon... Ja genau, stell dich mal da hin. Kannst du besser explodieren. Das war's. Ich hab für mich jetzt nicht so viel... Wie viel denn? 7000. Oh, dann ist das hier schon wieder unter deinem Niveau. Ja. Ich bin zurückgekehrt! Willkommen zurück. Hallo Kasper. Hallo Tier. Meine Katzen sind doof. Ich weiß. Meine Katzen sind heute aber besonders doof. Warum heute besonders doof? Haben sie ihre Kotzquote erhöht? Nee, die haben eben was umgeworfen. Jetzt habe ich das weggemacht, dann hatte ich den Lappen weggebracht und dann meinten die so Miau miau miau, Hunger, 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 Miau miau miau. Ich so, gut, dann mache ich euch noch eine Dose auf. So, wir sitzen vorm vollen Teller, guckt mich an, so, ja, doch nicht. Es ging erst mal darum, dass du das Essen rausholst, ja, das war das Wichtige und der Rest ist halt, geht ja mehr um die Symbolik, genau. Die Symbolik des vollen Napfes. Ja, sollen sie sich jetzt nicht beschweren, wenn sie dann später Hunger haben. Der Truppwegpunkt ist aktuell? Das ist so die grobe Richtung. Okay. Dann fahre ich mal so grob in die Richtung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich fahre vielleicht doch lieber auf der Straße. Ah. Wer ein Event findet, darf es behalten. Okay. Und sagen, wo es ist. Dammit, ich wollte gerade klugscheißerisch fragen, aber du bist mir zuvor gekommen. Ich würde gerne diese dunklen Kristalle abbauen. Später, im nächsten Level. Im nächsten Gebiet, ne. Ähm, da gibt es auch verschiedene irgendwie, oder Tiff? Ja. Und die, die wir gerade brauchen, kriegen wir nur bei den 40er Quests, nicht mit denen davor. Ähm, die Dark Cristal kriegst du auch, wenn du, ähm, ich glaube Wolfram verarbeitest. Und, ähm, die Tarn verarbeitest. Kommst du die quasi mit raus. Aber kriegst du Power Dark Cristal? Nee, die nicht. Wir brauchen Power Dark Cristal. Wir brauchen Power Dark Cristal. Und jetzt braucht man halt, äh, die Dispowert, das Grüne quasi davon. Okay, wir sollen, ähm, Mobile Mini Printer. Okay, ich mach jetzt so ne Miene auf meinen Rücken. Dann geh ich zu dem irrsinnig ekligen Gedöns hin. Schau da... Schau da rauf. Jetzt hab ich mir überzeugt, dass es auch geht. Okay, ich muss zu dem Schutzschild hin, ne? Das ist der Kasper. Äh, ja, ich bin der Schutzschild. Dann nehm ich meinen Regenbogen. Mein Schild ist stronger. Aber du hast recht, ich hab jetzt auch, ich hab jetzt auch 14 Tage VIP. Weil bei mir steht jetzt noch 6 Tage. Ja. Oh, ich fürchte... Hm? Wie viele Leute sind da? Ich. Okay, das wird interessant. Wie war das mit dem... So, man könnte im Chat an... Ah, ja, genau. Wie hast du das gemacht? Äh, Semikolon-Lok. Also LOC. Ah, okay, cool. Jetzt hast du auch so ne, ähm, Nachschubstation? Ich hab sogar zwei. Okay, dann kannst du dann ja zu meiner Stelle... Äh, zu meiner stellen. So, ich überlasse... Oh, ich überlasse euch mal kurz das... ...weiter Bomben daran kleben. Dann kümmere mich hier um die... Ja, ich guck gerade, wo überhaupt der Printer steht. Der steht hier direkt neben der Plattform. Ich hab glaub' ich, Viecher hinter mir oder so. Hier sind überall. Ach, da ist der Printer. Oh Gott. Wo fehlt er noch nicht? Hier wird der Crawler auf dem Weg. Ich kümmer mich von. Ich glaube, er fehlt gar nicht mehr, ja? Okay, hier... Oh shit. Das ist viel Zeug hier gerade. Ja. Aber es sind schon Leute auf dem Weg. Wir haben einen Heiler, glaub' ich. Oh, dann möcht' ich ihn gerne mal kennenlernen. Oh, so Nachschubstationen. Hier, haut schon wieder einer an Thamper hier hin. Ach, das schützt hier an. Nein, Tütz! Ihr habt doch gesagt, dass ich doof bin. Ich bin auch gleich tot. Ja, ja, wir sind alle gleich tot. Kriege ich dich noch? Nee, ich respawn' lieber, weil wir sind extrem schn... Also, wir sind nicht nah an der Basis. Wer hat da den Thamper hingesetzt? Das war sehr dumm. Warum? Was hat er... Also außer, dass es dumm war, an Thamper zu setzen. Also, war es jetzt gerade extrem dumm, weil er noch irgendwas kaputt gemacht hat dabei? Nein. Nein, weil es einfach viel zu viel Kram anzieht. Ja, es ist halt... Wir sind hier viel zu wenige. Das ist, äh, wer war's? Das war... Andriol. Ich kann meine Kammern, glaube ich, melden. Ja gut, nur deswegen jetzt melden ist, äh... Ach, ich hab da gute Lust drauf gerade. Ich hab wenig geschlafen. Ja gut, ich hab da gute Lust drauf. Ja gut, ich hab da einen Tag auch gehört. Sicher. Vielen Dank.